hey leute schön dass ihr da seid mal wusstet ihr dass das spiel seit 1989 ein grundrecht des kindes ist die un hat 1989 das spiel als grundrecht der kinder in die kinderrechtskonvention aufgenommen wohl selbstverständlich das wissen um neue lernmethoden ist das eine aber um lernen wirklich zu verstehen müssen wir zuallererst das spielende kind verstehen kinder spielen weil sie spielen um zu entdecken und zu erforschen um ihre neugier zu tilgen ich habe mega gerne mit action figuren gespielt bis heute sammle ich die teile auch noch also irgendwie ist das spielende kind in mir geblieben doch bleiben wir nicht so oberflächlich und gehen etwas in die tiefe denn den spielenden lernprozess kann man in vier stufen einteilen diese stufen sind immer im einklang und nie separat zu sehen und ganz vorne ist die sensor motorische und sinnliche erfassung von objekten knete wir kennen es alle geknetet gewässert gegessen diese sogenannte adaption macht das dem jungen menschen möglich sich mit der lernwelt auch plastisch auseinanderzusetzen indem es dinge in den mund nimmt indem es objekte ertastet indem es hört aber auch sieht das ist eben das wichtige beim spiel alle sinne werden benutzt und einer der ersten spielobjekte im leben eines kindes ist der ball er rollt er springt er ist hart wenn man ihn ins gesicht bekommt und man kann ihn super toll schmeißen und vor allen dingen auch treten während sich die kinder mit dem ball diesem runden objekt beschäftigen assimilieren sie ihr können und ihre erfahrung sie wissen der ball rollt und wenn man jetzt etwas kraft einsetzt dann bewegt der ball sich natürlich auch schneller langsamer manchmal springt er wenn ich ihn fallen lasse oder er fliegt irgendwo hin wenn ich werfe oder entgegentrete und im weiteren verlauf kommen die kinder in die akkumulation sie haben erfahrungen gemacht gesammelt sie haben wissen verinnerlicht und jetzt gibt es noch mal ein update denn die kinder haben gemerkt okay ein ball ja bleibt nicht so stehen wie ein bauklotz er rollt wenn er auf ungeraden ebenen steht manchmal rollt der ball plötzlich auch eine treppe runter und springt von stufe zu stufe runter und dann wirft man ihn auch manchmal aus dem balkon und sieht wie toll herunter fällt und das nennt man akkumulation sie verfeinern ihre erfahrung beziehungsweise erweitern sie sehr experimentell haben die kinder die ersten drei stufen durchgespielt im wahrsten sinne des wortes erlangen sie eine sogenannte sensor motorische intelligenz und die wird als stufe 4 bezeichnet somit sind sie fähig die gesamte lernumwelt wahrzunehmen und sind immer dabei ein update ihrer fertigkeiten fähigkeiten wissen und erfahrungen zu machen wo holt ihr euch eigentlich ideen her um das spiel der kinder zu konstruieren sozusagen also ich habe früher immer solche bücher genutzt habe sie aber dann wieder verworfen weil ich einfach beobachtet habe wir wissen doch dass die kinder beim spielen alle sinne nutzen das ist durch die stufen gerade auch noch mal klar geworden aber es ist noch so viel mehr es geht darum dass die kinder ihr können unter beweis stellen möchten sie möchten ihre ganzen fertigkeiten und fähigkeiten immer an die grenzen bringen und deswegen brauchen sie spielsituationen doch es geht hier nicht nur um körperliche fähigkeiten und fertigkeiten sondern auch um die kognitiven es ist ja für die kinder super wichtig sich in komplexen spielsituationen zu bewegen um sich geistig herauszufordern wir erwachsenen machen das nicht anders wir wollen noch mal eine neue sprache lernen wir gehen vielleicht sogar noch mal zur universität erlernen einen neuen beruf oder sagen uns jetzt eine fortbildung das würde gut tun die kinder entscheiden auch wie sie am besten spielen manchmal alleine für sich komplett isoliert in anführungsstrichen damit sie sich komplett fokussieren können aber manchmal auch in gruppen um den sozialen kontakt zu haben um vor allen dingen auch die soziale auseinandersetzung zu haben zusammenfassend kann man sagen dass sich das spiel der kinder darum dreht die grenzen des eigenen schaffens zu erleben wisst ihr noch was das ist ein jojo ja jojo spielen da bin ich extra mal in so ein magie shop gefahren damit man diese coolen fireball jojos bekommt siebte achte klasse war cool die stufen des spielenden lernprozesses sind jedoch nicht die einzigen prozesse die ein kind durchlebt wenn es sein eigenes spiel entwickelt während sich kinder fünf bis sechs monaten im funktionsspiel befinden und alle objekte die sie greifen können in den mund nehmen und ansabbern rumtasten mit der zunge weil die zunge nämlich ein sehr sehr empfindliches organ ist womit sich objekte super ertasten lassen und dann auch mit dem eigenen körperspielen befinden sich anderthalbjährige kinder schon im rollenspiel und das rollenspiel fängt nicht gleich mit fantasievollen figuren an sondern sie spielen rollen nach die bekanntesten rollen die sie haben sind natürlich mutter vater kind das ist das was sie tagtäglich erleben und verarbeiten wollen man habe ich viele lego duplo türme und lego türme und holztürme in der kita gebaut mit kindern wahnsinn was die für eine freude daran entwickeln vor allen dingen wenn es ums umstürzen geht ja das konstruktionsspiel entwickelt sich circa ab dem zweiten lebensjahr wenn man das so eintüten möchte es ist ein besonderes zusammenspiel aus wirkung und vorstellungskraft das heißt wir sehen ein gebäude und möchten es nachbauen wir tasten uns langsam an verschiedene bautechniken ran und versuchen dem original immer näher zu kommen das konstruktionsspiel lädt aber auch dazu ein materialien zu erforschen und ein gewisses verständnis für statik und logik zu erreichen wenn man schon mal versucht hat aus verschiedenen materialien und über lange strecken brücken zu bauen dann versteht ihr was ich meine das ist nämlich gar nicht so einfach und im sogenannten regelspiel was man ungefähr ab dem dritten lebensjahr erkennen kann begeistern sich die kinder mit dem gruppenspiel das heißt soziale interaktion im spiel werden umso wichtiger es ist nicht mehr dieses nebenbei spielen sondern wirklich schon ein miteinander spielen ja und da gibt es natürlich konflikte regeln normenwerte die abgeglichen werden man könnte auch sagen es ist ein sozialer wettbewerb denn auch spiele mit gewinnen und verlieren kommen dazu und das bedeutet die eigene frustrationsgrenze wirklich im zaum zu halten mehr oder weniger das ist mir so als kind auch schwer gelungen ich weiß das zweite mal dass ich hier mit einem buch stehe aber ich mag das auch manchmal so durchzublättern denn hier sind interessante sachen drin solche aktionstabletts finde ich gar nicht so schlecht die regen auf jeden fall an habe ich selbst ausprobiert stellt so ein teil mal mit ein paar steinchen und ein bisschen sand und federn und so was magneten zum beispiel oder schrauben mega stellt das mal hin super und genau hier schlagen wir den bogen wieder zu den lerninnovationen aus den letzten videos die spielentwicklung kann ko konstruktiv gestaltet werden und zwar von den pädagogen aber auch von euch eltern da draußen zu hause allem voran ist spielen ein sehr kommunikativer prozess es gibt kinder die auch versinkend im spiel sind still und leise für sich aber beobachten wir kinder sehr genau sind sie häufig auch im selbst dialog das heißt sie beschreiben ihre tätigkeiten für sich selbst und hier könnte man zum beispiel andocken und das gespräch mit gestalten indem man einfach noch mal hinein fragt mensch wie weit bist du denn schon welche materialien benutzt du da eigentlich und was ist dein ziel was möchtest du gerade bauen und somit wird man vielleicht auch ganz schnell spielpartner und wird an der spiellösung beteiligt natürlich nur konstruktiv das finale gehört dem kind man ist irgendwie drin aber auch außerhalb und man kann diese spielinhalte wunderbar dokumentieren und beobachten und somit genau sehen an welcher stelle steht das kind gerade im lernprozess und eine ganz wichtige beobachtung dabei ist dass kinder von selbst häufig wechseln mal ist bewegung und aktion dann sind sie in einem kognitiven prozess für sich oder auch mit anderen und dann gehen sie wieder in eine entspannung suchen sich ein ganz leichtes spiel oder wechseln relativ zügig von der entspannung wieder in die aktive phase und müssen sich noch mal komplett auslassen doch noch mal zurück zu der these verstehen das spiel bedeutet und dann verstehen was lernen bedeutet also ihr wisst vom anfang spiel situationen haben komplexe abläufe und wenn man das beachtet dann ist spielen nicht einfach nur spielen denn die ganzen spielhandlungen die so ablaufen über den tag erzählen uns den lernprozess ganz deutlich und sind wir gleichzeitig noch ein teil des spiels der kinder also ko konstruktiven sinne ich muss das immer wieder betonen dann haben wir sogar die möglichkeit unsere bindung zum kind noch zu verstärken wenn wir wieder mal oberflächlich denken die spielen ja jeden tag das gleiche wie kann da wirklich ein lernprozess entstehen dann müssen wir wissen es ist ein stetiger kreativer prozess der sich eben wiederholt wir können auch ein porträt nicht beim ersten mal malen sofort perfekt malen wir brauchen ein bisschen übung bis ein porträt echt wirkt ich kann nur sagen vielleicht unterbrechen wir das spiel weniger mit erwachsenen regeln und bereichern das spiel mit dem kind welches in uns steckt und das mache ich jetzt auch ich werde jetzt überlegen wo ich meine restlichen he-man-figuren in stelle ja skelett hat zum beispiel nun gut aber über die qualität von spielzeug können wir uns ja mal in einem anderen video unterhalten was sagt ihr die anderen videos zum thema modernes lernen noch nicht gesehen hat der hat jetzt was zu tun ich jetzt spielen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wünsche euch noch einen schönen tag bleibt sozial verzogen bis dann